Die nachfolgende Scheiße ist Satire. Satire ist Kunst. Desperate Studius Alter, du musst mir Angst. Lass das mit den Fesseln mal bleiben. Den Fesseln, die fallen mir auf den Straufen. Du musst mal wegmachen. Mein Hammer! Du hast schon wieder eins. Auch wenn's von da. Ich krieg schon fast Angst. Komm, bitte. Jijik Japa da na Sweirana Ka-ka Mache Was ist los? Kann ich hier noch nicht loss in Ruhe meine Unterlagen überprüfen oder was? Ja Ich gehe jetzt in den Keller, als ich Computerspiele spiele. So! Wir haben nur zwei Minuten in die Ruhe. Komm, sieh weiter. Sieh dich, Alter. Du bleibst jetzt da. Du bleibst jetzt da. Achtung zur Waffe. Du bleibst jetzt mal kacken. Sack, ey. Hure Scheiße, ey. Ich will dir erst mal kacken. Man. Ah. 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 Ich bin hier schon wieder raus, verdammte Scheiße, total dreckig, voll rum, wie saut ihr alles? Ich kann es ja gar nicht glauben! Einrichtung von E-Mail-Programmen! Rausch ja nicht mehr, es ist schon mal 2010! Und ihr Geier, wer hat euch hier schon wieder raus gelassen? Hallo! Hallo! Hupalala! Raus! Attacke! Ich mache jetzt meinen Fernseher an! Vorsicht, meine Hose darf nicht platzen hier! Sooo, jetzt ist er an! Jetzt muss ich das Netzteil da reinpacken! Oh, das ist glaube ich kaputt! Gucken, ob ich jetzt einen Schock bekomme, wenn ich das einstöpsel! Hoffen wir nicht! Kappeln tut's nicht! Stinken auch nicht! Kappel nicht! Vorsicht! 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 Jetzt gucken wir erstmal, wo das Netz dahin wird! Ohhhh! 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 Boahhhh! Ein Atari 2600! Mh-hm! Manufaktort Atari bei Atari in Taiwan! Kommt aus dem österreichischen Landen, ist mit einer AT-Nummer. Nee, AT bedeutet vielleicht AT-Nummer. Geht aber nicht. Netzteil ist kaputt, geht auch nicht. Was ist das für eine Kacke hier? Scheiß Schwarz-Weiß-Fernseher noch. Verstehe ich nicht. Ne? 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 Zu schwer. Da ist noch nicht nur Musik. Was soll das? Hatten der Tourette hier schon wieder für eine Scheiße auf Ebay gekauft? Funktioniert nicht. Eine Scheiße weiße. Kacke. Auch wenn ich die rausziehe und ausmache, passiert da nichts. Und wieder neu reinstecke. Das machen wir ja so. Kann man ja so ein Paar aus Dinger hier so. Ne? Ne? Das ist doch nur dreckig. Ne? 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 Me? Ne? Da eine Farbe! Ah, da muss man warm werden. Ah, fack auf, ey! Schon kaputt! 16.15, das ist ja so schrecklich. Komm her, du Sackgesicht, komm! Ich schichte dich auch noch. Klatsch, scheiße! Ja, du Generator Atari! Hier spiele ich bestimmt noch öfter ran, in den nächsten 30 Jahren. Da! Schock! Dick! Schwanz, Schwanzkabel! Oh ja gut, da kann man sich stehen! Dick! Der Underground Smasher Card! Wow, ja, ich lade es mir! Von der Underground! Von der Underground! Kommt der Diggidugi-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck! Ach, jetzt kann ich mir in Ruhe hier eine vor dem PC rauchen, von Simon, der ist ja nicht da! Hahaha, du, der Gamer mein ich, oder? So! Abonnieren! Desperate Studios! Sch! Sch! Sorry! Thanks! Koch! 1 the Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.